Hey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zur nächsten Folge. Uhuh, hier auf, ein Giant. Jetzt muss ich aber ganz schnell noch mal was machen. Ich geh mal schnell zu meinem Kumparsen. Nein! Ja. Ich weiß, dass ich verloren hab. Ah! Ich hab mal so richtig gelitten, Alter. So, Schreckenswolf mutiert. Let's go. Ja, Herr Timer, ich weiß. So, ich hab mal Timer neu gestartet, wie das so ist. Entschuldigung wegen gerade. Junge, wir können den letzten Affen nur jetzt reinmachen. Das hat in der Runde nicht so gut funktioniert. Ja, dann komm mit. Ja, jetzt. Komm mit, komm mit, komm mit. Egal, scheiß drauf. Ja, aber das werden wir nicht schaffen, oder? Ach, komm einfach mit, wir teleportieren uns. Ist jetzt eh runter. Hey, der mutierte Zombie rennt da noch rum. Das gibt's doch gar nicht. Na los. So, jetzt hier, dieser Teleporter. Du darfst auch den Knopf drücken. Teleportier dich mal mit. Ja. Da hab ich. So, dann gehst du jetzt zu dem roten Knopf hier und drückst den. Ja. Siehst du? Jetzt ist hier noch ein Perk gespawnt, nämlich Stampin' Up. Stampin' Up, Junge, das ist der wichtigste Perk. Stampin' Up, Junge, das hab ich die ganze Zeit auch gesucht. Ja, der spawnt normalerweise so, aber dieses Mal scheinbar nicht. Ich kann ihn aber nicht nehmen. Ich hab schon vier Perks, da musste ich mir eigentlich Dienst nachfacken. Ich vergesse mir diesen scheiß Grabstein zu nehmen. Oh, feuern sie beim Sprinken? Nee. Ist nicht unbedingt mein Perk. Boah. Krank, Alter, wie die Waffe abgeht. Diese Wunderwaffe. Ich will jetzt aber auch gleich mal mit dieser Extra-Waffe spielen, die man da, ähm... Ziehen konnte. Na, etz, Alter, Stamin' Up. Okay, geht's dann? Wo ist der Letzte? Ist wie so ein Raketenwerfer irgendwie, die Wunderwaffe hier. Digge 2. Das war der Letzte, ja. So, direkt mal neues Kaugummi holen. Wenn ich Glück hab, kann ich noch ein Perk kaufen, dann ist das Stamin' Up. Das wird geil. Weil ohne Scheiß mit Stamin' Up, Beste. Ohne bereits Ressourcen? Glaubt, ja. Nächste Runde. Nächste Runde. Jawoll, noch ein Kaugummi. Jetzt gibt mir schon ein gutes. Fünffacher Nahkampfschaden. Scheiße. Egal. Ich freu mich trotzdem drüber. Ey, ich brauch trotzdem zwei Messerstiche, obwohl das fünffacher Nahkampfschaden ist. Und ich hab das Bowie-Knife. Kennst du die Leute, die immer sagen Bowling-Knife? Das ist so lächerlich, ne? Bowling-Knife? Ja, Junge, was hat das denn mit Bowling zu tun, ey? Boah. Einfach nur gestört, sowas. Tot, 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 tot. Oh, nein. Ey, ohne Scheiß, das war so ein unnötiger Tod gerade. Jetzt hab ich 100 pro eine wichtige Waffe verloren. Ey, du hast doch Affen, oder? Ja. Dann beliebt mich doch mal wieder. Warte. Warte. Das Essen ist fertig. Das Essen ist fertig. Jetzt krieg ich die Quittung, dafür, dass ich darüber gelacht hab. Ja, wie OP ist deine Waffe denn? Wo ist Jugger? Wo ist Jugger? Das ist da, Dings. Da in dieser Ecke, da. Wo man am Anfang hochgehen muss. Achso. Erstes K.O., Alter. Boah, Junge, ich muss essen, ey. Da kann man dann gerne halten. Wo kommt er denn jetzt hier? Oh. Ey, die Zombies kommen irgendwie teilweise doch durch die Stromfalle durch. Richtig unnötig. Das ist doch Runde 30, hm? Ich weiß ja nicht. Boah, bin ich glücklich, dass ich das Teil hab, ey. Da hinten ist Jugger noch. Und tot. Obwohl ich mir gerade Jugger noch gekauft hab. Boah, genau in dem Moment gestorben, Alter. Durch drei Schläge. Kannst du mich wiederholen? Ja, könnte ich hier mal weg? Offen. Der Trick ist Lügen. Der Trick ist Lügen. Warum macht dieser Zombie mich so fertig? Der Trick ist Jugger noch. Der Trick ist Jugger noch. Danke. Jetzt schnell Jugger noch, jetzt schnell. Wo macht das Nikolai Kaffee der Wache? Ach, nein. Er hat einfach die Suchtwaffe am Stab. Was bleibt mir denn mutiert? Ja, das geht ja noch. Ich bin einfach gerade mal stecken geblieben. So ein Scheiß. Junge, ich will essen, Junge, und nicht suchten. Sorry, dass ich frag, aber kannst du noch einen Affen werfen? Ich muss mir kurz was holen, da komm ich sonst nicht mal raus. Boah. Soll ich den schmeißen? Schon gut, schon gut. Ich hab's geschafft. Ey, ganz ehrlich, scheiß mal auf drei Waffen. Ich hol mir einfach mal Stamin Up jetzt ganz schnell. Ja, das ist nice, ne? Stamin Up ist das Wichtigste. Immer schön Hinten anstelle. 130 geknackten, ne? Geiler Scheiß. Tja, zwei große. Boah, ich brüch mal wieder Munition ab, ey. Der Bries. Du niederst voll die Ammo, Junge. Boah, 31er Wave. Ja, richtige 31er Wave. Ich muss gleich recken lassen, Junge. Ich will was essen. Sind eh weit genug gekommen. Boah, die halten ja jetzt schon eine Salve aus. Die halten schon richtig ordentlich aus. Explosionen. Magik vor allem, die Explosionen. Hier kann man campen, das geht auch. Boah, Junge, was habt ihr denn für eine schreckliche Tür? Ist ja wie in einem Horrorfilm. Na, Junge. Boah, Junge. Boah, Junge. Boah, Junge. Ah, überleben die den Schuss. Na, na. Jetzt weggeknallt. Eine Runde 31, easy, Junge. Boah, ey. Die sind so aggressiv, das riecht einfach nur noch auf. Boah, wir kommen mir nicht mal klar, ey. So schlecht bin ich sonst eigentlich nicht. Schaffst du noch ein bisschen? Ich kann da zur Not neu einsteigen. Ist ja auch kein Problem. Ja, schaffe ich noch. Gut. Boah, so viele K.O.s habe ich sonst nicht. Aber ansonsten bis Runde weiß ich nicht hier irgendwie ohne K.O.s. Ganz nett, aber dann sind halt viele auf einmal gekommen. Wie das so ist, wenn man ein bisschen raus ist dann. Ja. Aber Stemming Up war ganz nett. Ich darf einfach nicht rückwärts laufen. Das war mein Fehler. Bam, 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 bam. Und jetzt gucken wir mal den geschätzten Kollegen ein bisschen zu. Jetzt kommt übrigens alles zu dir. Also sei ein bisschen vorsichtiger. Bam, was habe ich gemacht? Ich würde da weggehen und ein bisschen Trains laufen. Ach. Wegmessern. Schnell. Weil die Hunde sind echt ohne Scheiß gefährlicher als man denkt. Geht. Ja, mich haben die mehrfach gekillt. Das haben die sonst nie geschafft auf der Riese. Oh, das ist der letzte, ne? Ja. Einfach bei Juggerknock am besten. Erstmal Runde machen. Oh, da ist ein Powerball. Nice, ich kann einmal Insta-Kill aktivieren in der Runde. Yeah. Mal warte, ich gehe zum Ding. Boah, wie noch Bock zu leben. Hey, ist's? Ja, was war das denn? Bei dem Hochofen, wo du auch die Extra-Waffe ziehen kannst. Ja, an da rechts runter, genau. Korrekt. Juggerknock, ice-cold. Woohoo. It's-a-me, Juggerknock. Richtiger Richtofen. Nein, 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 nice. Boah, jetzt aber schnell, ey. Hauptsache irgendeine Waffe. VMP, okay. Na, ich gebe mich damit erstmal zufrieden. Alles andere wäre jetzt etwas dumm. Machst du dich auch zufrieden. Wenn mir jetzt einer entgegenkommt, ist es schon ein bisschen ungünstig. So, Speedcola will ich noch haben, dann ist erstmal gut. Ich werde da mal wie so ein Gollum hinterherkriechen und dann mal gucken, was ich so mithelfen kann. Karbum. Karbum. Wir können die noch ewig weit untersuchten, ey. Was ist nur aus dem Konzept geworden, jeden am Burscht, der an Teilhabe zu lassen. Ich muss hier oben bleiben, Punkte sammeln. Junge, 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 Junge. Das musste ja jetzt wieder sein. Ey, darf ich hinter dich, Alter? Ich kann kaum Schaden machen mit der Waffe. Deswegen. Ich muss hier. Nein. 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 Schussverkauf! Oh, wir müssen schnell zu dieser Kiste! Sofort! Meine Munition neigt sich dem Ende entgegen... Fuck, hi, done. Ja, jetzt... Scheiße, ich hatte gerade Affen bekommen. Kann ich euch mal nachladen, ey. Tja dann, äh... Boah, spektakuläre erste Runde auf der Riese. Runde 32. Ich bin müde. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gucken mal eben noch, wie viele Punkte wir so kriegen. Und welche nennen Power-Ups und so. Oh, ja. Und... Der Wald des Schreckens. Er sagt uns, wir bekommen... Einen Arschtritt. Also 1000 EP quasi. 500 EP. Nochmal ne schöne Tarnung. Noch ne Tarnung, ne Tarnung, ne Tarnung. Und nochmal flüssiges Divinivisium. Divinium. Ja, jetzt haben wir es auch. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Und, ähm... Ich würde dann sagen, Level 28. Let's go. Und so, ne. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Aber 29 schaffen wir noch nicht. Dann danke fürs Zuschauen. Haut rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Zombies wieder. Tschüss. 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 Tschüss.